10. September 2015. Das Go East Trio hatte von Kaunas nach Moskau eine gut 1000 Kilometer lange Tagesetappe zu bewältigen. Aber wie man sieht, sind die Straßen im Top-Zustand, das Wetter war optimal und Moskau, das kann ich euch versichern, ist immer eine Reise wert. Eine geile Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Wir sind gestern Abend in Moskau angekommen, hier im neuen Clubhaus. War alles wunderbar, gastfreundschaftlich ohne Ende. Wir waren schön essen hier. Die Jungs haben eine heiße Suppe gemacht. Wir haben uns super so wohl gefühlt. Anschließend waren wir schön in der Sauna. Natürlich ohne Frauen, wie sich das gehört. Und wir fahren jetzt weiter nach Kazan. So, um, yesterday we came in Moskau in a new Clubhouse. Very nice, very nice. We got a very nice dinner yesterday evening. After the dinner we were in the Sauna. Half night. And, uh.